Die Tür, welche das MEK gestern in aller Frühe aufgebrochen hat, wurde heute repariert. Das Haus in Wandsbek gehört offenbar einem internationalen christlichen Verein. Eine Bewohnerin erklärte, es stehe aber auch Angehörigen anderer Religionen offen, wenn sich diese für das Christentum interessierten. Und fügte wörtlich hinzu, wir möchten sie mit unserer Liebe umarmen. Der Bewohner, den die Polizei gestern als Zeugen vernommen hat, sei nicht da. Der Mann hat vor kurzem noch in Schwerin gelebt, und zwar gemeinsam mit dem dort festgenommenen Syrer Jamen A. Der wurde heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Der Haftbefehl offenbar eine Formsache. Der 19-Jährige soll versucht haben, eine Bombe zu bauen, hatte dazu seit Monaten im Internet recherchiert. In seiner Wohnung in Schwerin hatte die Polizei gestern elektrische Bauelemente und Chemikalien gefunden. Was sagt Jamen A. zu den Vorwürfen? Weder die Behörden in Karlsruhe noch in Schwerin oder Hamburg wollten sich dazu heute äußern. Klar ist nur, in Ermittlerkreisen sorgt der Fahndungserfolg für Ansporn. Kriminalpolizeiliche Arbeit ist Datensammlung. Wir arbeiten mit Zeugenvernehmung, wir arbeiten mit Durchsuchung, mit Auswertung von Beweismitteln. Das sind ganz, ganz, ganz viele kleine Mosaiksteinchen, die zusammengetragen werden müssen, um der Justiz ein Bild des Ganzen zu geben. Und wenn dann am Ende so ein Erfolg wie jetzt steht, dann ist das sehr motivierend. Der Tipp, der in Schwerin zur Festnahme führte, kam offenbar vom Verfassungsschutz. Der 19-jährige Syrer kam 2015 als Flüchtling. Laut Medienberichten soll sich Jamen A. häufiger in Hamburg aufgehalten haben. Wann und wo er den Anschlag plante, sei aber völlig offen, so die Bundesanwaltschaft. Die Polizei stürmte und durchsuchte das Haus in Wandsbek, obwohl der betreffende Bewohner nicht unter Terrorverdacht steht. Aus Sicherheitskreisen heißt es, er habe wohl Kontakte in die islamistische Szene, sei dort jedoch bislang nicht maßgeblich in Erscheinung getreten.